So, wie ihr seht, da war wieder einer recht fleißig. Erstmal auf jeden Fall vielen vielen Dank Alpha Iron, weil du hast ja geschrieben, du hast mir den Skin damals geschenkt. Ich sage, ich entschuldige mich immer dafür, wenn ich mich nicht daran erinnere, wer mir welchen Skin geschenkt hat, weil ihr wisst selber, wie mein Spind aussieht. Ich kann immer wieder nur Danke, Danke, Danke sagen. Und Alpha, wie gesagt, gerne in die Kommentare reinschreiben von jedem Video, damit ich deinen Kanal verlinken kann. Weil natürlich, lass doch gerne bei ihm Supporter, guckt einfach in der Videobeschreibung, einfach mal ein Abo dalassen, gucken, was macht er so, wenn er überhaupt was macht. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns das ganze mal an. Ich sage jetzt schon mal Danke, was ist es? Ich habe keine Idee, was es überhaupt sein könnte. Ich weiß nicht, ich mache ein Shop-Video und vergiss danach, was im Shop ist, außer halt die großen Sachen. Also die Wächterinnen-Gang. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, die nächste Musik. Ich glaube, von Musik habe ich inzwischen gefühlt alles. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Alpha. Wir können noch mal gerade reingucken. Warte mal, wir gucken gerade im Spind. Und so ist meine Musiksammlung. Gott, ey. Ich sage Musik, muss ich echt sagen, habt ihr mir inzwischen fast alles schon geschenkt. Also, in dem Sinne, vielen, vielen Dank dafür. Ich versuche noch weiter, die blöde Aufgabe zu kriegen, damit ich Sätze Gebäude in Brand machen kann. Aber bis jetzt war sie noch nicht da. Ich glaube, es war immer noch, dass sie nicht funktioniert. Aber einige haben mal in die Kommentare geschrieben, dass es gerade hier auch bei der grauen Aufgabe funktioniert hat. Also, in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.